Hört ihr das? Das ist eine männliche Amsel. Aber warum singt sie? Auf diese Frage gibt es nicht nur eine richtige Antwort, denn man kann das Verhalten eines Tieres immer auf verschiedene Arten begründen. Laut dem Verhaltensbiologen Nikolaus Tinbergen kann man hierbei vier verschiedene Erklärungsansätze unterscheiden. Der Mechanismus, die Entwicklung, die Funktion und die Stammesgeschichte. Der Mechanismus beschreibt, wie körperliche Vorgänge zu einem Verhalten führen. Für die Amsel bedeutet das, dass sie singt, weil bestimmte Botenstoffe in ihrem Körper ausgeschüttet werden. Der zweite Ansatz ist die Entwicklung, also wie sich das Verhalten eines Tieres über seine Lebenszeit verändert. So singt die Amsel, weil sie das Singen als Jungtier von einer erwachsenen Amsel gelernt hat. Die Funktion beschreibt, wie er eine Verhaltensweise einem Tier nutzen kann. Die Amsel singt zum Beispiel, weil sie dadurch ein Weibchen für die Paarung anlocken kann. Bei dem letzten Ansatz, der Stammesgeschichte, geht es darum, wie sich ein Verhalten über Millionen von Jahren entwickelt hat. Somit singt die Amsel, weil sie von anderen Vogelarten abstammt, die sehr ähnlich gesungen haben. Nur wenn wir alle vier Aspekte gemeinsam betrachten, können wir also wirklich verstehen, warum die Amsel singt. Wie geht es?